Musik Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Let's Play von Let's Play Life is Strange Ja 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 Und ich war letztens so schlau Müssen wir sie erstmal warnen Und ich war letztens so schlau und Hab aus Versehen Ich hab bis Episode 1 zum Ende gespielt, aber ich war leider so doof, hab die falsche Szene ausgewählt Und deshalb sieht man im ganzen Spiel währenddessen nur ein Black Screen Yeah, Props an mich und wir haben wieder eine neue Nachricht, bla 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 Super Oh mein Gott So, und wir gehen jetzt los So, und wir gehen jetzt los, was wir schon natürlich So, don't think I'm blind I see everything here at Blackwell Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone Um, big in at Swishmattery Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them Hey, hey, nobody is bullying anybody, I'm doing my job No, you're not You're part of the problem, Missy I will remember this conversation Miep Bitte schön Tschüss Kate So, jetzt gehen wir Oh Muss ja nur sein, dass er das was auch sagen will, wenn ich auch noch stüge Auf zu den Parkplätzen Auf zu Warren Und da steht da schon der Kleine Da sitzt auch der Kleine Reden wir mal mit ihm Sorry, I won't disagree Sorry, you had to find out about Zachary that way Or anyway Better sooner than later Now that skank, Victoria won't be laughing behind my back anymore Have you talked to Zach yet? Mr. Badass football hero is such a chicken shit He said he sexted Victoria as a joke Haha I think Warren wants your attention Nö, nö Braucht die nicht Hang in there, Juliet See you around, Mac So Ich mache jetzt mal nur so Sachen Die ich als wichtig empfinde Weil ich so hier nicht störtlich nochmal machen will Warte Hier ist die Seite Ich mache auch Sachen, die unwichtig sind Zum Beispiel sowas Aber ab Folge 2 werde ich mir etwas mehr geben Aber es ist halt nur gerade so Das Dass ich Das Spiel Schon mal gespielt habe Das habe ich übrigens in der letzten Aufnahme auch rausgefunden I'm so dirty Oh, ein Foto von Ich könnte diese Bildung für eine Serie auf Arcadia Bay Lotz Ich frage mich echt, wem in der Wohnwahn gehört Ich glaube Hat er das jetzt einfach daneben geschmissen? Hat er nicht mehr ihre Tasche aufgemacht? Okay, ähm Ich frage mich echt, wem in der Wohnwahn gehört Nö Hier ist bestimmt noch irgendwas, was ich mir angucken kann Ja gut, gehen wir mal zu dem armen Warren Warren Gucken wir erst mal seinen Autor an Look at Warren in his Wayback Machine He's a brave man Warren, Feuer What up Max? How are you? Here's your flash, thanks That's good No problem Check out my new wheels Cool, very old school 1978 to be exact Now we can go to the drive-in There's one in Newberg just 60 miles away You're in the wrong time, Warren But then, so am I You okay? It's been one strange Fucking day I bet I heard Victoria got a face full of paint I'd pay money to see a photo of that Dirty Really? I wish I would have known You probably could have raised a kickstarter fund Just for that one image of her covered in paint Had I known that Anyway, Victoria took down my photo So, that drama ended well By the way, I saw Daniel's sketch of you online Not bad, but I could do a much better job You can draw? You can draw? I thought you were blinded by science, not art Art is science Music is math, etc, etc I'd put Stephen Hawking against Picasso any day Hardcore So, you must use a computer to draw Of course I'd love to tweak one of your selfies With some cool graphics That might not suck I'll let you know So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thanks We just looked at it Yeah, thanks You had some cool shit on there From Akira at the Twilight Zone? Which seems apropos today I consider myself a pop Cultural pirate Connoisseur That does sound better than thief Ha ha Make sure you watch cannibal holocaust No, nevermind Nevermind Ha ha What a pussycat Kill kill No, I was impressed You had faster pussycat kill kill Rosemary was a genius Of black and white Plus, babes with breasts Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky Speaking of hip and fast We should cruise out in my car to an actual movie this week But you seem distracted I need to talk I need to talk to somebody Just to get it out of my system Dr. Warren Graham is in the house I won't even prescribe you any meds Tell me everything I don't think What am I doing? This is between you and me Not social media Don't insult me Max, go on I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today I mean, life changing Have you ever had a dream so real It was like a movie? Max, coffee All right You're one of the Jefferson's photo groupies I'm one of his students What the fuck ever I know you like to take pictures Especially when you're hiding out in the bathrooms You best tell me what you told the principal Now I don't know 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 You told him I had a gun That's why he dragged me into his office And did what? Give you a stern lecture? Nobody Nobody lectures me Everyone tries though They try You should talk to somebody, Nathan Do not analyze me I pay people for that Don't worry about yourself, Max Coffee Take a step back, Nathan Prescott Oh man You're telling me what to do? Get away from her, dude Who cares? Headshot Hey Leave him alone Nobody tells me what to do Not my parents Not the principal Not that whore in the bathroom Oh my God Let me go Now I'm running around Oh shit We always live Chloe Chloe! Der Polizist da kam er auf rüber. Dieser Tag nie endet. Oh, und danke Chloe! Nach fünf Jahren, du bist immer Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. Ich bin wirklich glad to see you. Oh, und danke Chloe. Es macht perfekt Sinn, dass ich dich heute gesehen habe. Ja, es ist so ein Tag. So, was der Freak will mit dir? Ich hab keine Ahnung. 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 Ich hätte gerne gleich mit den Art School Hipsters. Ich würde sagen, du wärst dir gleich mit den Art School Hipsters. Du bist genau wie die cover auf Hipstergirl.com. Du bist nur ein körper auf Hipstergirl. Du bist immer noch eine dumme Arsch. Das ist warum ich hier bin. Bitte, Frau. Du bist da zurück nach Blackwell Academy. Du bist da zurück, Blackwell Academy. Oh, natürlich. Natürlich. Ich wollte mich nicht mehr überrascht, Chloe. Du bist bei Blackwell für fast einen Monat ohne mich zu wissen. Enough gesagt. Ich wollte nur erst einmal sein, und nicht so ein klisch, klickes Geek sein. Ich würde dich totalen kontaktieren. Ich hoffe, dass du diese traurige Entschuldigungen an Mr. Jefferson hast. Du kannst sie nicht an mir. Okay. Mann, bist du Serial? Wow, ich habe das nicht gehört. Nicht alles verändert. Außer meine Kamera hat offiziell gemacht. Meine Step-Douche hat ein paar Arzt. Vielleicht kannst du es in meinem Ort. Ich brauche sehr spätigkeiten, kleine Arzt. Verdammt. Meine Step-Douche hat ein ganzes Garage. Und er ist tatsächlich eine kleine Arzt. Willkommen zurück, Max. Kommt in. Kommt in. Don't be shy. The house still looks... ...nice. Home, shit, home. Und wir schaffen mehr in einer Folge. Das ist... Ich denke mal super. Denk ich mal. Wenn du das mal. Was ist das hier drin? Ich glaube... Ja. Die CD, die wir brauchen. Lülülü. Ja, sie war da drin. So it's Rachel Amber Never forgot What about your mom? What did Joyce think about all this? She couldn't wait to get rehitched Step dick is one reason I wanted to fail I feel the love Now when did Rachel actually disappear? Six months ago She just left Arcadia Without a word Without me How do you know? How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life Unlike you she would have told me okay? Something happened to her I believe you I'm just trying to get all deducted Before Rachel left She said she met somebody who changed her life Then poof And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life My dad You And Rachel Gone Can you put on some music now? So Let's do the music now 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 So it was Chloe who printed all those flyers Hmm Hmm I think she said that I think she said that I think Yes This postcard is from Rachel Ember Miss you Miss you were here Rage Rack 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 Oh very sweet And super kitty Rack 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 Ah, schönes Lied. Okay. Ach die arme Chloe, nicht doch zurück schwimmen, bis bescheidert. Wie gesagt, jetzt nicht. Das ist ja eine andere Karte, das ist ja eine andere Karte. Oh. Würde ich jetzt nicht so sagen. Oh, die Foto haben wir auch noch. Pfff, ja, pfff, kann sein. Ich glaube, Chloe denkt da was anderes. Ja, gut. Oben. Oh. Dann gehen wir mal wieder raus. Okay, viel Spaß noch hier drin. Viel Spaß beim Freikamen. It doesn't look like the Price family is lulling in dough these days. Hm. Fotos. Gut, das ist böd. Das sah so noch ganz anders aus. Ich kann es aber noch nicht sagen. Fernsehen. Ich sehe das gar nicht. Guck. Hm. Auch da ist noch ein Bild. Achso, das ist eine Einkaufsliste. Okay. Und ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Folge. Diesmal etwas frühzeitiger. Aber ich wollte heute noch die Folge raushauen. Und zwar vor Mitternacht. Und deshalb wird die Folge ein bisschen kürzer. Aber dafür werden die anderen etwas länger. Nur etwas. Auf Wiedersehen. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020